Guten Abend Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Nach sieben Staffeln ist Schluss. Sylvie Mais wird nicht mehr die RTL-Show Let's Dance moderieren. Der Sender hat sie per Anruf rausgeschmissen. Die Niederländerin behauptet, wegen mangelnder Deutschkenntnisse. RTL dementiert das. Was sind die wahren Gründe? Mehr dazu erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Veränderungen und Weiterentwicklungen gehören innerhalb unserer Sendung zur Pflicht aller Programmmacher, teilte RTL-Unterhaltungschef Tom Semmer mit. Doch warum es nun ausgerechnet Sylvie getroffen hat, sagt er nicht. Die 39-Jährige hatte in der BILD behauptet, vor einigen Wochen teilte RTL mir mit, mein Deutsch sei nicht gut genug. Der Sender bestreitet das. Wir brauchen nicht sieben lange Jahre, um festzustellen, dass die Co-Moderatorin einer Show mit Wurzeln in Holland einen entsprechenden Akzent hat, sagte ein Sprecher der dpa. Gegen das angebliche Sprachproblem spricht auch der Fakt, dass die Jury unverändert bleibt. Neben Joachim Lampi agieren dort die Südafrikanerin Motsi Mabuse sowie George González, der aus Kuba stammt. Grab es vielleicht Zopf hinter den Kulissen? Bereits 2014 mehrten sich Gerüchte. Sylvie und Moderator-Kuläre Daniel Hartwig seien sich nicht grün. Schuld seien Sylvie's dievenhaftes Gehabe und ihre Extra-Wünsche. Was auch immer der Grund für Sylvie's Rauschmiss ist. Lachende Dritte ist jetzt auf jeden Fall Viktoria Swarovski. Ich wünsche euch noch viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal, wünsche euch noch einen schönen Abend weiterhin und wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Wenn euch mein Kanal gefällt, könnt ihr mich gerne hier abonnieren. Ansonsten sehen wir uns wieder bei meinem nächsten Video.